Musik Das war's für heute. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich's brauche. Ist das die Retterin von Meridian? Ich habe Neuigkeiten für dich. Das ist die Retterin von Meridian. Nein, falls es dort Technologien der alten Welt gibt. Das ist die Retterin von Meridian. 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 Nice. Das ist die Retterin von Meridian. Wie zwischend apell! Das ist die Retterin von Meridian. Das ist die Retterin von Meridian. Das ist die Retterin von Ella. Die Retterin von mindfulness. Das muss der Durchgang sein, der in Larendts Vertrag steht. Ich sollte nochmal die Fakten durchgehen, den Vertrag schnell lesen. Panzerwanderer benutzen oft diesen Durchgang und Larendt will ihre Panzer holen. Ich muss in seinem Lager nur auf sie warten. Vielleicht sollte ich erst ein paar Pfeilen auf den Weg stellen, um die Herde zu überrumkeln. Wir haben das schon mal in der K�ache, oder? Ich werde die Kugel haben, dann mach es nicht. Lachen Zitera 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 Ich sollte mich ausruhen. Auf die Herde warten. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Der Konvoi. Er ist hier. Laut Larens Vertrag haben sie Fallen entlang des Durchgangs gestellt. Die kann ich benutzen. Die kann ich nicht mehr zurückkommen. In den Brutstätten erfahre ich wie bei Maschinen überbrüten. Aber wo finde ich eines? Bei ihnen ist nur ein Panzerwanderer. Oh mein Gott! Wer fliegt denn? Hier bin ich fertig. Ich sollte alles blindern und die Panzerung Larins Crew überlassen. Reiche Beute für mich. Reiche Beute für mich. Reiche Beute für mich. Reiche Beute für mich. Und hier ist dein Lohn, vertragsgemäß. Damit kann ich eine großartige Rüstung bauen. Aber? Tja, ich glaube, die Rüstung aus diesen Bauteilen wird gut. Aber mit ein paar Änderungen könnte sie noch viel besser werden, wenn du noch ein paar Verträge mit mir abschließen würdest. Was meinst du? Was brauchst du sonst noch für die Rüstung? Alarmantennen. Stark, biegsam. Damit könnte ich die Rüstung flexibler machen. Wir haben schon eine Wühlerherde ausgewählt. Ich lese mir den Vertrag durch. Mal sehen, was ich tun kann. Dann viel Glück. Erzähl mir mehr von diesen Verträgen. Also folgendes. Plündererkiefer sind stark. Ich könnte die Rüstung damit verbessern. Wir haben hier in der Nähe ein paar gesehen. Wären perfekt geeignet. Ich kann mir den Vertrag ja mal ansehen. Fantastisch. Oh, du willst nichts... Ich kann die perfekte Rüstung bauen. Ich brauch nur ein bisschen... Ich sollte mir diese Verträge bei Gelegenheit durchlesen. Sehen, worauf ich mich eingelassen habe. Ich kann mich eine Eins-läufe aus dem Nicht-R Muren ausdecken schön. Ich ziehe, liebe mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, hier bin ich. Wie ein Trottel hinter Silence her. Nachdem er mich mit seiner Latze reingelegt hat, um Hades zu stehlen. Eine verrückte KI, die alles töten will. Konnte er sie mich nicht einfach zerstören lassen? Und jetzt bekomme ich noch mehr mit seinem selbstgerechten Mist zu tun. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Geht es. Ah! Okay. Ich kriege die Ranken nicht weg. Zumindest noch nicht. Ein Händler. Hätte nicht erwartet, hier jemanden anzutreffen. Ich könnte Vorräte kaufen. Hallo. Was macht eine Nora so weit im Westen? Ah, egal, egal. Ich kann dich für die Wildnis ausstatten, falls nötig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.